Genau, ihr Buch. Das wollten wir ja eigentlich suchen. Ja, das ist nicht nur in ihrem Alter total gestört. Ich weiß, dass es nicht da ist. Und nichts hier ist. Natürlich hat sie einfach nur Soda auf Kate's Buch gepackt. Ich werde das schnell verabschieden. Kate braucht das Buch, und ich will nicht zu unserer Liste von Problemen. So, sehr schön, das habe ich. Die Frage ist jetzt nur, wo ist Kate's Zimmer? Ach so, ja, eben wolltest du dich nicht anziehen. War das nicht? Ne, das war Brooks. Ah, halt, Kate's Zimmer. Geh rein, los! Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Poor Kate. She doesn't look good. Hm, ja, es kommt ja beides aufs Gleiche raus. Ich hatte keine Wahl. David Madsen ist ein Asshole. Du hast die Wahl, nicht zu verabschieden. Niemand hier scheint zu interessieren. Kate, ich tatsächlich bin. So, was ist die Geschichte mit dir und David? Well, er ist total paranoid Ass. Er denkt, ich bin Teil der Vortex Club. Ja, genau. Warum ist er das? Weil er sah das? Weil er sah das Video. Sie wissen, wie humiliating das ist für mich. Ich weiß, das tut, Kate. Aber erzähle mich über das Video und vielleicht kann ich helfen. Basically, ich bin zu einer Vortex Club Party. Und habe mich mit ein paar Leute gemacht. Und ich habe keine Erinnerung davon. Es ist nicht so, wie du. Ich kann nicht sehen, dass du mit Victoria partierst. Ich habe nicht. Du musst mir sagen, mehr als das. Was ist bei der Party? Du trinkst? Ich versuchte Gott, ich hatte eine Sip von Wein rügel. Und dann habe ich Wasser. Es ist nicht genug genug, ist es? Ich werde nicht verabschieden. Ever. Ich nehme eine Sip in der Kirche und nicht auf eine Viral-Video. Okay? Hat jemand dich verabschiedet? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und ich erinnere mich. Und ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Nathan Prescott? Oh, litze. Er war schön für einen Verbrauch, wenn er mich besuchen hat. Er ist das V�en perceber. Was, weiter? Was ist das? All ich mir immer noch, war, bin ich für lange zurück. Und ich war's in der Schule. Ich dachte, es war ein Öl, weil es so wunder und grüße. Es war so nüblich. Ich hörs mich. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Tisha, Tisha, Tisha. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Das ist jetzt eine gute Frage. Also, ich würde normalerweise jeden sagen, dass er zur Polizei gehen soll. Und gerade Nathan Prescott ist natürlich so eine Sache. Aber ich entscheide mich jetzt mal danach, dass wir erstmal nach Beweisen suchen gehen. Hm? Ich dachte, ich soll nach Beweisen suchen. Das ist jetzt eine Scheißantwort von der. Schauen wir doch mal. Hallo? Hallo? Nein? Gerade das habe ich zurückgespult. Bis wohin will die jetzt noch zurückspulen? Hallo? Ich will mit der Redin. Das kann doch nicht sein. Hallo? Ich will mit der Redin. Das kann doch nicht sein. Ja, geil. Das gucken wir jetzt natürlich nicht nochmal alles. Ich bin mit der Redin. Ich bin mit der Redin. Ich bin mit der Redin. Das ist nicht so... Ich habe nicht. Du musst sagen mir... Ich versuche Gott... Ich bin nicht genug... Ich werde nicht zu... Ich nehme ein Sip... Ich habe jemanden, dich zu verraten? Ich erinnere... Geh auf... Nathan Prescott? Er war schön für ein Veränderungsgericht, wenn er zu helfen... Er ist der Gegenteil... Was ich... Geh auf... Somebody... Und... So... I have no idea... Jesus... How do I get a... Kate? So... Kann ich jetzt endlich... Weil ich will natürlich... Für sie Beweise finden? Wir sind einfach nur... Sproiled Punk-Students... Für die Cops und Faculty... Ich denke... Ich denke... Wir müssen... sehr vorsichtig sein hier... Warum? Was? Nichts... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Das ist mir egal... Ob die nicht mit reinziehen... Ist mir sowas von egal... Ich habe fast vergessen... Wie sieht Kate aus... Wie sieht Kate aus... Wie sieht Kate aus... Tante... Ach so... Schande... Gut... Jetzt haben wir ein Kaninchen fotografiert... Und jetzt... Ähm... 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 Ich hatte keine Idee... Dass Kate ever hung out... With Alyssa and Stella... Kate is all alone... Dealing with this video bullshit... I hope her mother doesn't disown her... Betreff... Ruf uns an... Kate... Dein Vater und ich... Haben einen verstörenden Anruf... Von Direktor Wills... Bezüglich eines Partyvideos... Von dir erhalten... Unsere Bedenken... Dich nach Blackwell zu schicken... Scheinen bestätigt... Bitte ruf uns heute Abend... Nach dem Unterricht an... Damit wir dies ausführlich... Besprechen können... Ich hoffe... Du hast keine Schande... Über dich... Oder unsere Familie gebracht... Wir beten für dich... Und ich erwarte... Dass du Gott um Verbetung... Bittest... Deine Mutter... Was für ein Schwachsinn... Kate used to play the violin... Every morning... She stopped last week... Kate's art is perfect... For a children's book... Everything looks so fun... And colorful... And... Positive... Why did she cover up the mirror? If she can't look at herself? So... Was haben wir eigentlich... Ja... Ich weiß... Top Tagebuch... Ups... Okay... Da kann ich nicht einfach... In ihr Zimmer reingehen... Ich probiere nochmal... Ihn zu klopfen... Die will immer noch... Keine Beweise sammeln gehen... Die Max ist irgendwie blöd... Hi... What's happening Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh... Yeah... Thanks again for releasing me from her captivity... By the way... The best and biggest news of the day... Is that Trevor asked me to the Halloween shindig... That's awesome Dana... At least we're showing our faces together in public... So you absolutely should go with us... Borrow one of my outfits... And come as a cute geek couple with your bitch Warren... Uh... I'm not big on cosplay... Don't let life pass you by Max... So... Are you coming to the party or not? Why the fuck not? Why the fuck not? If I hate it I can always go back... To my room... That's the spirit Max... After this you'll be ready for a rave... It does sound like fun... Now I have to go contemplate my party future... Speaking of Halloween... Look at all this makeup... At least Dana knows how to use it... Hmm... Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, Dork! Beziehungsstatus in einer Beziehung... That would be fine to put skulls and ghosts all over Blackwell... Tödliches Surrey zu Halloween... Komm raus ihr Vampire Blackwells... Es ist meine liebste Zeit des Jahres... Vom Schulball... Und den Spielen von Big Phones mal abgesehen... Tödliches Surrey... Black Hell... O Green... Stellt euch vor wie ich als Zombie zu Thriller tanze... Direktor Wells lässt uns im Rahmen des guten Geschmacks... Unter Sicherheitsvorschriften freier Hand... Bei der Dire... Direktion... Bei der Dekoration der Flore und Sporthalle... Die Schüler sollten sich auf dem Weg zum Unterricht... Zu Tode fürchten... Sollten sich auf dem Weg zum Unterricht zu Tode fürchten... Tut mir leid, ich habe gerade so Kopfschmerzen... Ich kann mich gar nicht konzentrieren... Wir haben alle massiv Hausaufgaben... Lasst uns trotzdem ein unvergessliches Halloween organisieren... Das Deko-Komitee trifft sich nächsten Mittwoch... Den 10. Oktober um 15.30 Uhr in der Sporthalle... Also genug Zeit, keine Ausreden fürs Nicht-Auftauchen zu finden... Wenn ihr nicht auftaucht, holen euch die Ghule... Lasst die Monster an Blackbill von der Leine... Erfreuliche Schreie... Dana, Königin der Toten... Warum nicht? Ich finde, die sehen gut aus... Sind aber auch sehr teuer... Das ist nicht so cool... Ich habe nicht verletzt auf Kamera... und verletzt mit der Vortex Club... Kate ist nicht so wie das, und du kennst es. Wirklich? Checkt ihr und erzähl mir, was sie ist. Sie glauben, alles, was Sie sehen? Wie Zachary sexting Dana? Touche! Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliette. Sure. Talk to you later. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Halloween is ja auch absolut cool. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Trevor is making himself comfortable. Hope they don't get busted. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Um, since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Keine Jungs erlaubt, okay? Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Go away, people are sleeping. Ah, okay, da kann man auch alles sehen. Aber da kommt man gar nicht raus. Samuel... Hä? Ich gucke mir einen Mülleimer an? Hallo? Ich gehe raus, wenn ich auf angucken klicke? Was ist das denn, bitte? So, wen haben wir denn hier alles? Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean bossy best friends too. Better than having mean bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. I don't think I've actually seen Taylor alone without team Victoria. Ach, das ist doch hier unser Malermeister, oder? The birds are flocking around Samuel. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but... I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. I still don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Okay. 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 I have no idea at all, what I'm going to do here, but I should actually go to the one. Was ist denn hier? Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I'll give you the story later. Principal Wells is taking care of it now, I hope. Weird fucking weak. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that driving is having a 70s Planet of the Apes Marathon. Let's go ape! Ähm, ja, ich hab der anderen allerdings jetzt schon zugesagt. Ja, tut mir leid, ich will lieber mit dir zu den Affenplaneten. Zu den Affenplaneten. äh, zu den Affen gegangen. Hingetastet, den Bus nehmen? Okay. Aber ich hab jetzt schon zur Party zugesagt, es tut mir leid. Hä, ich denk, der Campus ist direkt nebenan. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Achischung. Halbara. Achischung. Achischung. Eishung. Eishung. Vielen Dank.